Hallo, heute spielen wir Kuddelmuddel. Kuddelmuddel ist eine actionreiche Suche, nicht nur für die Kleinen unter uns. Die Karten verteilt ihr um die Glocke und schon geht's los. Ihr versucht nun, alle gleichzeitig eine Reihe aus sieben Karten zu bilden. Dazu nehmt ihr eine Karte und legt sie vor euch an. Nun zieht ihr die nächste Karte. Hat diese ein gleiches Bild, legt ihr sie an. Egal an welcher Seite. Passt die Karte nicht, kommt sie wieder verdeckt zurück in die Mitte und ihr könnt schon wieder eine neue ziehen. Wenn du sieben Karten in einer Reihe hast, haust du schnell auf die Glocke. Ist deine Reihe richtig, bekommst du die sieben Karten als Belohnung. Alle anderen Karten müssen zurück in die Tischmitte. Hast du einen Fehler gemacht, setzt du für diese Runde aus und die anderen spielen weiter. Wird die letzte Karte aus der Tischmitte gezogen, endet das Spiel. Derjenige, der jetzt die längste Reihe fehlerfrei vor sich liegen hat, darf diese noch einsammeln. Der Spieler wird den meisten Karten gewinnt. Ich wünsche euch viel Spaß und Action bei Kuddelmuddel. Hallo, heute spielen wir Set. Aber was ist ein Set überhaupt? Hier ein Beispiel. Wir haben die gleiche Anzahl, aber Form, Farbe und Füllung sind unterschiedlich. Viel Spaß beim beliebten Kutspiel Set.